Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Neun Personen haben in diesem weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS auf ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford F Beauté Ständig 1000 Ford F Beauté Untertitelung des ZDF, 2020